Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem geht es um die Drohnen, die ich immer auf Reisen in den letzten Jahren mit dabei hatte. Ich bin ja viel mit Backpack und Zelt unterwegs und habe halt meine Drohnen oder mein Equipment generell an die Begebenheiten angepasst. Ja, wir werden halt über die Drohnen reden, über das Videosystem, über die Fernsteuerungsverbindung, über die Akkus und das Ladegerät, über die Kameras und halt über Sonstiges, also was ich halt noch so an Werkzeug oder generell noch so an Equipment mit dabei habe, was mit Drohnen was zu tun hat. Fangen wir mal an mit dem Bob 57, der hier gerade vor mir liegt, weil das mein Daily Driver war, wenn ich unterwegs war hauptsächlich. Das ist ein 6 Zoll Copter, der hat ein Gewicht von 718 Gramm, 25 065 Watt, 1500 KV Motoren und wenn ich ein 1500 mAh Lipo draufschnalle, so eine Flugzeit von 5 Minuten ungefähr, der hat eine Caddx Vista verbaut, GPS und einen Beeper. Die Vorteile von dem sind das perfekte Packmaß, also ich kann den halt ohne Probleme und ohne die Propeller abzunehmen in mein Backpack stopfen. Das wird halt schon bei einem 7 Zoll Copter schwierig werden, außer ich benutze halt Foldable Props, aber die fliegen meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Ich habe eine große Fläche, wo ich einen Akku anbringen kann, einen relativ großen Akku, also ruhig auch 3000 mAh passen da drauf und damit kriege ich halt schon relativ gute und lange Flugzeiten hin. Ja, ansonsten kann man natürlich auch ohne Probleme einen Lithium-Ionen-Akku damit fliegen, zumindest mit den Motoren und dem Tune, der hier drauf ist. Ja, und der lässt sich halt auch bei starkem Wind ohne Probleme noch steuern. Nachteil ist natürlich dann schon das relativ hohe Gewicht, gerade mit den ganzen Zusatz-Akkus, die ich dann auch mit mir rumtrag. Und die iFlight ESC sind so eine kleine Wundertüte, da weiß man nie, wann der nächste kaputt geht. Ich hatte mal einen, der ist nach dem ersten Crash kaputt gegangen, hatte ich mal einen in einem Freestyle-Copter, der ist 100 Mal gecrashed und da war der iFlight ESC noch in Ordnung. Aber man weiß nie. Kommen wir mal zum zweiten Copter im Bunde, zum Titan XL5. Der wiegt 731 Gramm mit GoPro, also tatsächlich sogar ein bisschen mehr als der andere, obwohl er ein bisschen kleiner ist. Das ist nur ein 5-Zoll-Copter, der hat 2208er, 1800 kV Motoren und mit einem 1500 mAh Lipo bekomme ich eine Flugzeit von 4 Minuten 30 hin, also knapp eine halbe Minute weniger als auf dem anderen. Ja, ansonsten habe ich halt auch wieder ein GPS hinten verbaut und einen Beeper und in dem Fall ist eine DJI Air Unit verbaut, was man halt auch unschwer an den beiden Antennen hier hinten erkennen kann. Die ist halt meiner Meinung nach die perfekte Backup-Drohne, hat ein gutes Packmaß und hat auch eine relativ große Auflagefläche für einen 5-Zoll-Copter oben, wo man halt einen Akku auch drauf schnallen kann. Also mit einem 2200er-Lipo kann ich mit dem ohne Probleme fliegen und mit Lithium-Ionen-Akkus. Ich packe halt immer einen 4000er drauf, aber einen 8000er müsste, glaube ich, auch noch drauf passen. Und dementsprechend hat man natürlich auch ziemlich lange Flugzeiten mit dem locker über 10 Minuten. Der lässt sich natürlich auch noch bei starkem Wind gut fliegen, gerade auch, weil er relativ viel wiegt, aber der 6-Zoller fliegt dann doch noch ein bisschen besser. Die Nachteile von dem sind halt dann schon das relativ hohe Gewicht auch, was man da mit sich rumträgt. Das etwas schwerfälligere Flugverhalten als bei dem 6-Zoll-Copter oder auch wenn man den mit einem normalen 5-Zoll-Copter vergleicht, ist der schon etwas schwerfälliger. Was jetzt aber auch bei Long Range nicht so das Problem ist, weil man da ja eh keine Loopings oder Schrauben oder was auch immer fliegt. Und man hat durch diese beiden Antennen vermehrte Vibrationen, was man dann auch manchmal schon auch im Videobild sieht, gerade bei starkem Wind. Kommen wir jetzt zum Videosystem. Die Vista und die AirUnit übertragen beide in 720p mit 90 und 120 FPS. Die haben beide eine Reichweite von 4 Kilometer. Und bei beiden Drohnen ist die Caddx Nebula Pro verbaut. Die hat ein Seitenverhältnis von 4 zu 3 oder 16 zu 9 und überträgt auch mit 120 FPS. Die Antennen, die verbaut sind, sind hier einmal die FlyVoo 5,8 GHz 2.2 dBi. Und bei dem hier ist das die iFlight Albatross 5,8 GHz 3 dBi. Und ja, die Stärke des Signals hatte ich auf jeden Fall auch den Eindruck bei der Drohne hier ein bisschen besser. Einfach, weil die Sendeleistung der Antenne ein bisschen höher ist wohl. Die Brille, die ich benutze, ist die DJI Goggles V2 mit der iFlight Crystal HD Patch 5,8 GHz 9 dBi Antenne. Vorne hat man eine Patch-Antenne und obendrauf zwei Omni-Antennen. Und signaltechnisch hatte ich damit auch keine Probleme. Also Reichweiten von 3 Kilometer waren damit problemlos machbar. Momentan gibt es aber auch schon neuere Systeme, wie zum Beispiel die O3 Air Unit von DJI, die nochmal ein bisschen höher auflöst. Die löst mit 1080p auf und da ist halt auch neuere Technologie verbaut. Da hat man zum Beispiel die Dualband-Technologie, was halt Sinn macht, wenn man zum Beispiel in einem Umfeld arbeitet, wo viel Funkverkehr herrscht. Dann wechselt die Brille halt automatisch den Kanal und man verliert das Signal oder die Übertragung in der Brille nicht. Aber jetzt für den Anwendungsbereich, wofür ich die Drohnen jetzt benutzt habe, würde ich jetzt mein Equipment nicht upgraden. Bei der Fernsteuerungsverbindung benutze ich Crossfire als Fernbedienung die TBS Tango 2 Pro und an der Drohne den TBS Crossfire Nano X und die Immortal T-Antenne. Die ist jetzt bei den beiden Koptern ist die hinten verbaut. Und generell hatte ich bei Crossfire bisher keine Probleme, was die Verbindung angeht. Also bisher hatte ich noch gar keinen Failsafe und weitere Vorteile von Crossfire sind, dass oder von dem System, was ich jetzt hier habe, also von der Fernbedienung halt auch, ist, dass die halt super in der Hand liegt. Ich kann da super mit fliegen und es ist halt auch super vom Packmaß und ich kann halt auch die Receiver-Firmware einfach über die Funke updaten, was halt einfach super praktisch ist und das Ganze halt auch enorm erleichtert. Kommen wir mal zu den Akkus und dem Ladegerät, was ich dabei hatte. Ich hatte vier Lipos dabei mit einer Kapazität von 2200 mAh und zwei Lithium-Ion-Akkus mit einer Kapazität von 4000 mAh. Damit kommt man eigentlich auch in Schottland auf jeden Berg hoch. Also wenn es mit dem 2200er nicht klappt, dann klappt es mit dem 4000er. So hoch sind die Berge da ja nicht. Also der Ben Nevis ist ein bisschen über 1300 m und ist der höchste Berg da in Schottland oder generell in Großbritannien. Also mit allen Akkus zusammen bin ich auf ein Gewicht von 2,3 Kilo gekommen und auf so eine Flugzeit von circa 40 Minuten. Für die Akkugröße habe ich mich jetzt entschieden, weil die halt auf beide Copter drauf passt. Also die 2200 mAh Akkus, die passen halt auch auf den 5-Zoll-Copter drauf. Und wenn an dem 6-Zoll-Copter was dran gewesen wäre, dann hätte ich halt auch alle Akkus auf dem 5-Zoll-Copter benutzen können und hätte dann nicht unnötig noch ein Kilo oder was auch immer an Akkus mit mir rumgeschleppt, was ich gar nicht mehr benutze. Jetzt kommen wir nochmal auf den Unterschied zwischen einem Lipo und einem Lithium-Ion-Akku zu sprechen. So ein Lipo kann einfach generell schneller entladen werden und die Drohne hat halt dann einfach ein bisschen mehr Punch. So ein Lithium-Ion-Akku ist generell einfach ein bisschen energiedichter und kann tiefer entladen werden, kann aber nicht so schnell entladen werden und die Drohne fliegt halt dadurch nicht ganz so gut wie mit einem Lipo. Und man muss halt noch darauf achten, dass man nicht so viel Ampere rauszieht. Also so maximal 15 Ampere sollte man rausziehen, weil der Akku kann halt sonst Schaden nehmen oder sich entzünden. Das Ladegerät, was ich dabei hatte, was hier vorne liegt, ist das Toolkit RC M6D. Ja, das funktioniert auch bis jetzt soweit ganz gut. Dafür habe ich mich entschieden, weil es halt relativ klein und leicht ist und man hier vorne zwei XT60-Anschlüsse hat, worüber man halt zwei Akkus dann gleichzeitig laden kann. Also ich habe dann auch gar kein Charging-Board dabei und lade dann einfach die Akkus parallel über die beiden Anschlüsse. Die Kameras, die ich dabei hatte, waren einmal die GoPro Hero 11 und die GoPro Hero 10 als Backup. Und da würde ich auch heutzutage für Drohnenaufnahmen nicht upgraden, weil die GoPros halt 5K 30fps in 4 zu 3 aufnehmen können. Und wenn ich das dann später in der Software stabilisiere, dann habe ich halt immer noch richtiges 4K. Ja, das habe ich halt bei der DJ Osmo Action 5 Pro oder auch bei der Insta 360 Ace Pro 2 nicht. Die Osmo Action, die kann zwar 4K mit 120fps in 4 zu 3 aufnehmen, aber halt leider nicht in 5K. Und die Insta 360 Ace Pro 2, die kann halt 8K 30fps aufnehmen, aber das halt nur in 16 zu 9. Und deswegen würde ich halt für so cinematische Drohnenaufnahmen halt immer noch bei den GoPros bleiben. In dem Fall dann bei der GoPro Hero 13 Black, die schon 5K mit 60fps in 4 zu 3 aufnehmen kann. Hier habe ich mir nochmal ein paar für mich persönlich relevante Daten zu den verschiedenen Kameras aufgeschrieben. Und da sage ich jetzt auch nochmal was zu. Für mich wäre halt momentan die Osmo Action eigentlich die perfekte Kamera für Drohnenlandschaftsaufnahmen, wenn sie halt dieses 5K noch könnte. Die CAN 10 Bit hat einen guten Dynamikbereich. Man hat die Möglichkeit in entsättigten Farbprofilen, in dem Fall in HLG und die LOG M aufzuzeichnen, auch beides in 10 Bit. Man hat sogar noch 47 GB internen Speicher und man hat einen relativ großen Sensor. Und dementsprechend auch schon, sage ich mal, bessere Möglichkeiten im Low-Light aufzunehmen als mit der GoPro. Bei der Insta 360 ist so ein bisschen das Gewicht das K.O.-Kriterium für mich. Die kann auch nur 8 Bit aufnehmen und bei dem 8K ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie gut das wirklich ist. Aber die hat auch einen großen Sensor oder einen größeren Sensor zumindest als die GoPro und ist dementsprechend auch lichtstärker. Bei der neuen GoPro hat sich jetzt gar nicht mal so viel zu meiner alten verändert. Wir haben jetzt zwar ein LOG-Profil, in dem wir auch in 10 Bit aufnehmen können. Und wir haben die Möglichkeit in 60 FPS mit 5,3K aufzunehmen in 4 zu 3. Aber ansonsten ist eigentlich ziemlich alles relativ gleich geblieben. Ja, dann habe ich noch ND-Filter dabei. Das ist hier ein ND4er, ND8er, ND16er und ein ND32er. Und dann habe ich noch ein Ladegerät und in der Regel drei GoPro-Akkus mit dabei. Was ich halt herausgefunden habe, ist, dass man auf jeden Fall die weißen GoPro-Akkus benutzen sollte, weil bei den anderen die GoPros einfach manchmal ausgehen mitten im Flug. Das heißt, man fliegt los, die Kamera läuft, alles scheint gut zu funktionieren, man landet und irgendwie hat die Kamera die Aufzeichnung abgebrochen. Und wenn man dann irgendwo mitten im Nirgendwo ist und nur sechs Akkus dabei hat und gerade einen verflogen hat und nichts aufgezeichnet hat, dann ist das schon ein bisschen nervig und deswegen bei den GoPros auf jeden Fall die weißen Akkus benutzen. Wenn ich jetzt nochmal speziell auf die Unterschiede von der GoPro Hero 11 und der 10er eingehe, bezogen auf Drohnenaufnahmen von Landschaften, dann unterscheiden die sich für mich persönlich wirklich marginal. Also die 11er kann zwar 10-Bit und die 10er kann nur 8-Bit, aber in Sachen Bildqualität und Dynamikumfang unterscheiden sich die Kameras meiner Meinung nach kaum. Was halt ein Vorteil bei der 11er ist, ist, dass die die Clips nicht mehr aufsplittet, weil bei der 10er musste man halt mit Re-Steady-Joyner dann immer noch die Clips im Nachhinein zusammenfügen und hatte dann einen Schritt mehr in der Postproduktion. Aber ansonsten fällt mir bei den Kameras nicht wirklich viel auf, was sich da verändert hat. Dann kommen wir mal am Ende noch zu dem sonstigen Equipment, was ich so mit dabei habe. Ich habe halt speziell für die Drohnen, habe ich so Cases mit dabei. Das ist jetzt für den 5-Zoll-Copter und das größere Case hier, das ist für den 6-Zoll-Copter. Da passt er auch mit den Propellern ohne Probleme rein. Und dann kommt da halt noch die Brille dazu und die Funke und sonstiges Equipment. Die Akkus, die packe ich halt separat in so Lipo-Safe-Bags. Und dann habe ich noch Lötzinn mit dabei, einen portablen Lötkolben, den TS-101, Handschuhe, wenn ich die Propeller mal auswechseln möchte und eine Menge Speicherkarten, alle 64 Terabyte groß, um halt zwischendurch zu swappen. Einfach, falls die Drohne mal verloren gehen sollte. Dann habe ich halt noch so ein Tütchen mit Ersatzequipment dabei. Da ist halt eigentlich so alles drin, was ich brauche, um leichte Schäden zu beseitigen. Also Ersatzpropeller, Werkzeug, Antennen, Klebeband. Also alles, was ich irgendwie brauche, um im Feld leichte Schäden zu beseitigen, sind da irgendwie drin. Und ja, falls mal wirklich was Schwerwiegendes kaputt gehen sollte, ein ESC oder ein Motor, was ich halt dann auf die Schnelle nicht reparieren kann, außer ich würde halt die dementsprechenden Ersatzteile mitnehmen, was eigentlich auch eine Überlegung wert war, was ich bis jetzt aber noch nie hatte und eigentlich auch noch nie gebraucht habe. Ja, dann habe ich ja immer noch den Ersatzcopter, den ich dann benutzen kann. Ja, und dann habe ich auch die Akkus nicht umsonst mit mir rumgeschleppt. Also, aber so schleppe ich halt meistens den Ersatzcopter umsonst mit mir rum. Aber das ist es mir auf jeden Fall dann wert. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und ihr konntet noch ein paar nützliche Informationen mitnehmen. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.